Nein, wir sind da, sind wir wieder. Nicht, moin, da sind wir wieder. Auf jeden Fall, da sind wir wieder. Ich habe immer noch die gleiche Festzeit. Ich verstehe nicht, was das ist. Ich habe ein bisschen mehr... Hast du schon angefangen aufzunehmen? Ja! Oh, hey. Ja, das ist der Andreas. Mal wieder voll verpeilt. Und ich muss sagen, dass jetzt... Es ist ein Training, man. Halleluja, Training, man. Ja, das ist immer noch der Andreas. Und ich habe nur ein wenig mehr FPS. Alter! Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Mir reicht schon mit den FPS-Zahlen, also leck mich jetzt. Julian! 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 Was? Rosenass. Okay, schuldigung. Genau, das wollte ich, äh, dass du das sagst. Okay. Jetzt bleibst du ganz cool. Andreas, du schaffst das, 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 dass du eine Leichtigkeit zum Springen. Oh, wie souverän. Fuck, ich bin daneben gesprungen. Es steht hier recht. Oh, es ist 2 Uhr, äh, 22 Uhr, 22 Uhr, ich wünsche dir etwas. Ich weiß, es ist nicht in Erfüllung. Ich wünsche mir, dass Andreas jetzt auf einmal stirbt. Ich wünsche mir, dass deine... Ich wünsche mir, dass, 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 dass dein Gehäte, dass dein Gehäte, dass dein Gehäte, äh, dass dein Kind nicht mehr aussieht wie ein Arsch. Alter, wie mies bist. Ich glaube, es wird keinen Sinn ergeben, oder? Deine, dein Kind sieht aus wie ein Arsch. Also ein Arschkind. Deine Mutter hat ein Arschkind. Alter, das war ich. Andreas? Ja. Muss ich gleich etwas schwerere Geschwütze auffahren. Ja. Das könnte man zweideulich verstehen. Oh, rausfahren. So stabilisiert es. Stabilisieren? Wo bleiben die nackten Frauen? Das ist nicht mehr zu. Guck mal, jetzt habe ich 20 FPS und ich komme bis hier hinten hin. Nein! Schon wieder rübergelaufen. Julian? 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 Ja! Warte mal. Was ist denn? Rede mal. Ja. Okay. Wieso? Was ist denn immer mit dir? Ich habe meinen Kopfhörer nicht mehr auf. Ich habe keinen Bock, sie mehr zu tragen. Okay. Okay. Oh Gott, tun meine Ohren weh. Wie viel würdest du ausgeben für ein Headset? 50 Euro. 50 Euro, so wie viel das gekostet hat. 50? Ja. Ich finde, das ist schon wieder übertrieben, 50 Euro. Okay. Okay, es kann ja... Das G35, was damals alle Let's Player benutzt haben, kostet 95. 90 Euro. Äh, warte, wer benutzt das Graz-Hardy, oder? Nein. Wer denn? Also, im Moment benutzt es Debitor-LP. Okay. Weil er da, falls er Hustenreiz hat, äh, dass er, weil er, dass er, ach Gott, weil er das dann ausstellen kann für einen kurzen Moment. Aber das G35 benutzt eigentlich gar keiner mehr. Oh Mann, was ist das für eine Scheiße? Okay. Wieso ist der nicht gesprungen? Nee, ich finde das, ich finde das ja voll geil, die Map und so. Aber die, das regt mich hier gerade voll auf. Soll ich sagen, was ich nicht mehr? Ist ja schön und gut, aber. Ist ja schön und gut alles. Oh Mann, wieso sprintet der denn nicht? Weil du vielleicht nicht Doppel-W gedrückt hast? Doch. Oh Gott, wieso läuft der nicht zur Seite? Der sprintet einfach nicht. Oh mein Gott. Das nervt ja hier. Ist das toll oder voll ober toll? Ja, ja. Hammer geil. Julian. Ja. Ist das toll oder voll ober toll? Wo bist du? Hier, ganz hinten. Oh. Hier. Da. Jetzt runterfallen. Ich muss eben was trinken, sonst halte ich das hier nicht mehr aus. Himbeerbrause? Nein. Fuck. Gibt es in dieser Challenge keinen Checkpoint? Ich habe es jetzt noch keinen gesehen. Übrigens, kommt man erst nachher an diese Kiste da oben? Ich schwöre es. Wenn das so eine Zusatzaufgabe ist, um Diamanten zu finden. Alter, jetzt springst du auch noch in mir rein, du Hobelschlunze. Die finde ich auch voll krass. Es gibt Leute heutzutage. Hey, Julian. Ja. Hast du schon ein Praktikum gefunden? Nein. Schön. Ist das toll oder voll ober toll? Rechte ich so voll ober toll? Ich reg mich jetzt nicht mehr auf gleich. Wieso? Du, der regst mich total auf mit deinem scheiß Geschlage. Ist das nun toll oder voll? Halt die Fresse. Julian. Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemü... Nein. Meine Nerven sind schon vor zwei Minuten geplatzt. Wie so ein Frame-Einbruch. Soll ich vielleicht mit meinem scheiß Desktop auf... Desktop... Mit meinem scheiß Bildschirm aufnehmen? Mach. Soll ich? Ist mir egal. Andreas hat nämlich den besseren PC von uns beiden. Allerdings wisst ihr vielleicht, dass er diesen 4 zu 3 Bildschirm hat. Oberaffen geil, dingstens. Willst du wirklich aufnehmen? Dann musst du es ja auch rendern, ne? Ja. Alter. Kann ich dir die Videos morgen irgendwie schicken? Kannst du mir über USB-Stick geben. Boah, halt. Okay. Dann beende Julian mal ganz kurz die Aufnahme. Ja. Ähm... Dann sind wir gleich zu dir. Nein, nein, nein. Stattet schon mal Fraps. Dann machen wir auf die Sekunde genau. Okay. Dann musst du erst eine Testaufnahme machen. Wieso musst du eine Testaufnahme machen? Weil ich es muss. Warte. Okay, warte mal. Okay. Testaufnahme ist, glaube ich, gestartet. Ja, genau. Ich spiele mit... 47 Frames. Ja, ist okay. Dann stell die Ränderinstanz auf normal. Warten du jetzt weiter? Alter, warte doch! Auf normal? Ja. Okay. Okay, wie viel habe ich dann jetzt? Dann spiele ich immer noch genau auf so viel. Alter, ich... Warte, warte mal ganz gut. Halt mal die Fresse. Alter. Alter! Okay, irgendwie nimmt Fraps bei mir nicht den Ton auf. Dann, äh, guck bei Fraps einstellen... Ah, warte mal, halt mal die Fresse. Entschuldigung. Ja, warte mal nochmal, okay? Alter! Komm! Ja, beil dich! Komm schon! Okay, wieso läuft der ganze Scheiß jetzt nicht mehr? Andreas! Warte doch! Geh doch einfach bei Fraps, Mann! Warte! Ja, du sagst, der Scheiß läuft nicht und ich will dir helfen und du willst keine Hilfe oder was? Ich gucke, ob es den Ton aufgenommen hat. Du sagst doch nein. Ja, weil der Anfang ohne Ton war. Warte mal. Okay, mein Ton nimmt da irgendwie nicht auf. Dann geh doch bitte bei Fraps. Ich... Warte mal. Ich geh auf Fraps. Bei Movies. Movies. Record, was steht da? Wo steht denn jetzt Record? Soundcaps... Record Windows 7 Sound. Und? Serio. Da unter, meinte ich? Äh, äh, Mikrofon, USB, Videokamera. Ist das ausgewählt? Na, muss ich da drüber auf den Haken klicken? Ja. Na, dann ist es jetzt auch ausgewählt. Dann versuch's nochmal. Ich mach nochmal die Testaufnahme. Bei mir sieht irgendwie so alles verdammt scheiße aus. Aber trotzdem... Oh fuck, Frame-Anbruch. Andreas? Was? Ja. Nimmst du schon auf? Ja, nur ganz kurz. Testaufnahme. Nimmst du immer noch auf? Ja, ich nehm die ganze Zeit schon auf. Oh. Okay, geht's. Okay, dann... Ähm... In drei... Also, äh, ich sag dann auf eins, dann drücken wir beide, äh, Aufnahme. Was? Auf drei drücken wir beide Aufnahme. Okay. Eins, zwei, drei.